Alle down? Ja, ich bin down, ja. Nein, ich bin noch nicht down. Wait a wait a wait a minute. Du bist doch auch der einzige, der noch nicht down ist. Ein Hau an ist. Ich bin hier auch Pro. Oh, jetzt bin ich auch down. Hallo, hier ist das Zweikampf Sofa und wir spielen Gears of War 3. Und mit uns ist der Crazy Memphis. Und hier geht gleich die Action los. Jawoll, hallo meine lieben Freunde. Ich kann gerade nicht so gut hallo sagen. Ich segel gerade. Ich bin gerade Mr. Seger. Wir haben am Ende das Problem. Da kommt ja noch so ein dickes Vieh dann wieder mit seinen scheiß fetten Kanonen. Ach, länger nicht. Ich bin mal hin. So. Das war meine Säge-Action. Boom. Yeah. So. Was war's? Hier oben ist einer. Hallo? Wollte gerade sagen, der springt da hoch? Hat heute wohl die Boost-Boots an, ne? Ey, nicht in die Richtung rennen. Ah, ich hab mich verladen. Hühüh, ich hab mich verladen. Machen die hier gut. Machen die hier gut. Äh. Spritze. Alright, alright, alright. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ganz locker. No, ha, ha, ha. No, ha, ha. Real Force-Birds. Das mag ich. Retro Lancer, äh, fuck was. Spritze. Er ist immer noch die stärkste Waffe irgendwie, ne? Also von, von den, äh, Assault Rifle, äh, Rifle quasi. Ja, ist so ein Shotgun-like, ne? Naja. Also Burst-like eigentlich mehr, ne? Ja, so Burst. Weil die macht ja so, so zwei Dreier-Schuss einen auf den. Äh, jetzt haben wir rechts noch einen. Gerade außer noch zwei. Uuuuh, komm. Nice. Äh. Wow. Nice. So, jetzt kommt das Hauptproblem. Ja. Hauptprobleme werden überbewertet. Oh, ja. Wie war das, hinten auf die Tanks schießen, ne? Ja, hinten auf die Tanks schießen. Genau, ja. Ja, alright, here we go. Aber er ist, glaub ich, noch nicht so weit, dass wir darauf schießen können. Ähm, manchmal ein Haus gar nichts. Äh, raus. Immer weg da. Uouh. O thirds. Alter. Buck, fuck, 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 Alter. Ich steh so über... Ah, warte. Ich kann drauf schießen. Ja, gib' ihm. Gib' ihm. GIP IIM! GIP IIM! So, ich nehme einen Lancer dafür, das ist ein bisschen besser glaube ich. Ja, weil der hier, der zieht ja echt. Er schießt auf mir. Ich habe keine Munen mehr, ist auch geil. Da hinten, äh, in der Heimatbasis... Hinten liegt doch... Oh mein Gott! In der Heimatbasis ist das eine große Munitionskiste. Kannst du alles, äh, auftanken. Heimatbasis? Wo ist denn für dich die Heimatbasis? Da links. Ja, ganz unten am, am Wasser da an den Containern, da liegt doch. Ja, genau. Ja, alle schon gefunden. Nice! Davon, da kommt es doch, ich muss auch noch unten runter krabben. Alright, here we go. Ey, wann geht das denn eigentlich drauf? Ja, könnte mal was passieren sollen. Ah, Raketen. Oh, Alter. Ey, ich schief schon die ganze Zeit auf seinen Container hinten drauf. Nichts passiert, jetzt brauche ich auch erstmal Munen, ey. Verdammt. Äh, der Retrolenzer zum auf die Ferne ballern geht irgendwie gar nicht. Nein, kannst du klicken, das ist wie eine Schottie. Wo ist denn nur, ist nur Nahkampfwaffe. Ja, das sagst du mir jetzt. Du spielst nicht zum ersten Mal, hallo? Ja, mit dem Retro habe ich zum ersten Mal gespielt. Okay, ich stelle mich, ah scheiße, er kommt wieder ein Stück vor. Das ist doof, das ist kacke, das ist lust. Hab ihn. Nein. Oh, okay, nice. Ich wollte es doch gerade kaputt machen. Wuhu. Tja. Bumm. Ich bin nur vorgelaufen und habe zweimal geschossen, das war's. Das war's. Ich muss gestehen, ihr habt die ganze Arbeit gemacht. Ich habe nur einmal so hingeraten, peng, es ist tot. Geil. So muss das laufen. Das war ein klassischer Abstauber, echt. Nein. Das ist alles was ich retten konnte. Oh, ich wurde das Ura gefangen. können. Nein, aber wir werden uns drauf rumkloppen. Das ist wie bei den Russen. Erst schießen, dann fragen. Viel Glück. Good luck. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir sollten gehen. So, who is who? Long. Shift. Put. Ein kleiner Kollateralschaden. Ja, das ist ja auch nicht wert gewesen. Das sind nur ein paar Milliarden, aber das macht ja nichts. Haus aus Seid. Dicker. Wir haben Angst. Ja, macht Sinn. Du riechst zu strengen. Stimmt, ja. Qua, 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 qua. Na los. Die Leute haben bestimmt noch mehr von diesen Kernen. Ach ja, wir klauen so ein Ding da, ne? Wir arbeiten aber... Wir arbeiten aber... Kommt man ja noch gebrauchen. Hier ist noch eine Munitionsbox, falls einer braucht. Ich bin durch. Ich muss die Waffe mal wieder durchtauschen. Wäre viel wichtiger. Ach, da ist sogar auch noch eine Kiste hier vorne gleich hier. Ich kann gar nicht aufnehmen. Ich kann das gar nicht aufnehmen. Das war ich. Ich hab euch gesappt. Schon wieder so dunkel. Hilfe, Hilfe. Äh, was ist denn ein Käfig? Ein Zutritt verboten Schild. Fast hat's geklappt. Oh, muss. Und sie müssen früher oder später landen. Los, sonst verlieren wir sie noch. Warum ist das so komische, komische Latte hier? Ach, Digga. Oh, Digga ist oder bad? Alright. Ach nee, das ist doch dieser komische Wurm, der da drin ist jetzt hier, ne? Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Ja, ja, die Spinne ist das, ja. Ja, 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 ja. Lass mich in Ruhe. Komm raus, du Miststück. Komm. Komm raus. Jetzt, der kommt's gleich raus. Da kann man wunderbar mit dem Retro-Ore hin drauf schießen. Ja, auch mit der Gnescher ist ganz gut. Schön nah dran und dann alles rotzen, was geht. Ja, komm raus. Ach, scheiße. Du bist tot, du? Nee, das lief. Dachte ich. Komm raus, komm. Autsch. Nice. Hab ihn, ja. Hab ihn. Es zappelt. Hab ihn. Hab ihn. Steht drin. Ich hab ihn. Ich hab ihn nicht genau drin. Wir alle haben ihn. Wer ist schon am Ballern? Wer ist am Ballern? Er macht schon hier einen Säge-Kampf, ey. Ah, ein Landfall. Yeah, baby. Dann hast du gleich das Musitions-Faktor zu nehmen. Gummacht. Yeah. Da, Kundschaft. Oh, oben. Hey, hey, hey. Oh, nein. Oh, Boomer. Okay. Okay. Der ist auch oben. Auf der oberen Fläche. Oh, Geschütz. Lecker. Alright. Ich hab ihn schon gut angefragt, den da oben. Der Boomer ist das Geschütz. Okay, ist down. Ah, ist der Boomer an den Geschütz gegangen? Okay. Nee, nee, nee. Er war das Geschütz. Er hat die Knarre in der Hand gehabt. Ach so, ja, das sind ja die Viecher. Ja, stimmt. Richtig, ja, ja. Das Heil ist, dass man dieses Geschütz auch mitnehmen kann. Ja. Rektick. Rektick. Wie kommt der hoch? Scheiße, gar nicht. Hammerburst. Was haben wir hier? Hier ist der Malcher. Mulcher. Das ist doch das Ding, ne? Wo, 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 wo. Hier, nimm hin. Nimm hin, mein Junge. Nee, das ist gar kein Mulcher. Doch, Mulcher, tatsächlich, ja. Doch, ist ein Mulcher, stand ja da. Man, wer ließen kann, ist kein Frontteil. Jungs, ich geb euch mal einen Tipp. Wenn ein Mulcher draufsteht, ist auch ein Mulcher drin. Bring ihn um, er tut ihn. Ambush? Äh, was kommt jetzt hier? Ja, Ambush, Ambush. Oh, mit Klinge. Oh, Säbelman. Oh, ist schon down. Er ist schon down. Tut mir leid, ich hab ihn schon gekillt. Es tut mir leid, hätt ich warten sollen. Es tut mir leid. Ein bisschen hättest du echt noch warten können, ey. Mann. Na, komm, 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 komm. Jawoll. Oh, verladen. Goddammit. Snorx geht da wieder los wie Rampo. Ja, aber ist kaputt. Aber dann wieder kaputt. Hier ist er. Oh, schau mal her. Okay, got it. Er mit seinem Hackebeil, ey. Das ist so cool. Oh, hier liegen ein paar Hammerbursts. Aber was ich nicht mehr wusste, ist, wenn du es hast, so, und wenn du dann einmal kämpfst, dann macht er mehrere. Dann macht er... Hack, Hack. Ja, du hast ja oben auch die Anzahl an Schlägen, ne? Irgendwie. Ja, ja, stimmt. Aber der macht trotzdem mal so einen Doppelschlag, denn du hörst nicht auf. Und das ist das Problem. Wenn du dir nicht richtig timst, bist du am Arsch. Das ist doch kein Problem. Das ist mein Problem, ne? Problem. Hier liegen noch so ein Messerchen rum. Ja, ein Beilchen. Habt ihr jetzt alle... Komm her, dann nehme ich auch ein Beil, Alter. Jetzt laufen wir alle mit Beil rum, komm. Muah. Wir können nur nicht die Tür aufmachen, wenn wir allen Beilen in der Hand haben. Hör, das müsste doch trotzdem gehen, oder? Kann der ja die Tür nicht aufmachen? Nee, er legt es ab. Er legt es ab. Echt jetzt? Ja. Ach so, hat das dann nicht nochmal eine Hand? Oh, das ist ja shit. Schau mal mal. Waffen müssen draußen bleiben. Siehst du? Ich hab meins noch. Oh, lame. Oh, das ist echt lame. Lame. Das ist mir vorher nie aufgefallen, ne? Oh Gott, Mörser stand der Dicke? Hat jemand einen Sniper dabei? Du mal laufen, heißt das. Ja, ja. Das wäre jetzt natürlich vom Vorteil, ne? Ein schönes Schneebach. Könnte man das schon jetzt erledigen, ne? Aber nein. Oh, oh, ich höre was. Sag mal, still, ich rieche was. Oh, ich habe ihn vorbeige... Nein. Hahaha. Habe ich deinen Kill geklaut? Oh. Geschützturm oben. Vorsicht. Ja, ja, gesehen. Ah, der ist gerade runter schon. Okay, nice. Weil, wo hast du unter ihm steht, dann hört er das. Surprise, motherfucker. Was war das? Surprise, motherfucker. Scheiße. Ich komme, obwohl Snorx ist da, ne? Alter, er hat mich dabei gekillt. Ja, ich... Zum Glück standen wir alle drei hier. Alter. Oh my God. Boomer, Ticker, alles. Wow, Snorx ist geplatzt, mir die Sars. Aber hallo. Der Boomer, der kam Ticker nehmen, mir und der war vorbei. Und again. Geil. Das ist mal eine coole Szene. Die gefällt. Und nochmal. Jippie. Na, du hast kein Schwert mehr in der Hand, oder? Doch. Doch? Ich bin nicht vorne. Ach so, ah, du bist hinten. Ja, ich bin vorne, genau. Ah. Momentan noch. Ich war zwar von hinten. Ö. Du stehst doch drauf. Ich warte da am Ende des Taxis. Gott, schnell in Deckung. Und auf, Mogi. Surprise, motherfucker. Wow, was war das? Oh, das Geschützding hat mich getroffen. God damn. Äh, Bert, komm her, Bert. Bert, Junge. Danke, Bert. Äh, das Geschütz ist irgendwie scheiße. Ja, ich bin auch schon dabei, alles drauf zu rotzen, was geht. Oh, nein. War ich um die Ecke laufen? Ja. Ich versuche es zu umlaufen. Ey, der... Habe ich, habe ich, habe ich. Meine Fresse. Der Typ nervt. Oh, oh. Oh, bin auch totgeil. Ich bin von diesem Dickdings weggerannt, aber es bringt nichts. Der Dicker ist scheiße, ne? Alle down? Ja, ich bin down, ja. Na, ich bin noch nicht down. Wait a minute, wait a minute. Aber auch der Einzige, der noch nicht down ist. Ah, ich bin hier auch Pro. Oh, jetzt bin ich auch down. Der schafft es auch nicht. Also, okay. Also, der Dicke, der geht gar nicht. Ich war echt... Eine Taktik, eine Taktik. Ich bin um den rumgerannt und trotzdem kriegt der Dicke mich. Das geht gar nicht. Ja, aber am besten, am besten nicht gleich nach vorne stratzen. Am besten wirklich... Hä, warum läuft meine automatisch los? Am besten wirklich erstmal von hinten, von den... Von vorne, also. Vom Schutz her quasi erstmal von hinten nach vorne arbeiten. Was seid ihr für ein Luschen von hinten geschützt und so? Mein Gott. Ja, von hinten Puppo-Pirat mäßig und so. Weich, Alter. Lecker. Luschen. Das hab ich irgendwie schon mal gehört. Mut zum Risiko. Blut zum Risiko? Blut zum Risiko haben wir jetzt schon gehabt, ja. Ja, Blut haben wir genug, ja. Oh, was war das denn? Wisst ihr was, jetzt... Ihr sagt Risiko? Okay, ich spiel Risiko. Here we go. Here we go. Lass mich schließen! Your mother f***. Ich bin down. Ich wollte ans Geschütz ran, Alter. Bevor die drankommen. Oh, nee. Also, vorhin noch sagen, ey, du sollst nicht davor laufen. Immer schön davor. Also, wir bleiben jetzt eigentlich am Eingang stehen. Wir gehen gar nicht von hier weg. Nein. Wir bleiben gleich hier. Kommt doch zu uns, wenn ihr was von uns wollt. Ey, Mann. Wohin schießt der da? Okay. Wir müssen immer mal hinkriegen, das Ding, ne? Ja, das ist nicht so schwer. Wir stellen uns gerade nur doof an. Das ist alle recht. Ja, wollte gerade sagen. Don't hate the player, hate the game. Oder umgekehrt. Die Kiste hab ich kaputt gekriegt. Yeah. Granate wär jetzt natürlich nicht schlecht hier, ne? So, den Typen am Turret hab ich weg. Turret empty. Oh, nice. Nice. Sehr gut. Was ist das Ding? Da, lad es raus. Drei weg. Sehr schön. Oh, Ticker! Alter, der Digger macht mich wieder platt hier, ey. Geil. Ist jemand down? Nein, okay. Here we go. Ich wirf das Ding. Danke. Surprise, motherfucker! Oh, hier kommt noch einer rausgesprungen aus einem Loch. Du brennst das schon. Geh down. Danke. Okay. So. Also, ich bin clear. Ja, bei uns auch. Was macht der Boomer? Ja, der hab ich schon weg. Der ist erledigt. Okay. Oh, Tips. Jo, sieht gut aus. Alter, kommt noch einer. Okay, cool. Gleich neben dir. Ja, okay. Jetzt macht der Sound auch richtig Sinn. Sehr geil. Geht doch. Was wollt ihr denn? War doch einfach. Läuft. Das ist eine komische Kiste hier. Was macht die? Die hier, oder was? Nee, die Gehwe. Die? Das ist nämlich Bums, ne? Macht die Bum? Aber ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall nicht daneben stehen, wenn sie Bum macht. Sie hat Bum gemacht. Und ja, Vorsicht. So, die Bandscheid ist schon vorlaufen. Alles wird... Zwei Digge. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Kannst du mal das Geschütz besetzen, ja? Sehr gut. Ja, ist jemand drauf? Ja. Okay, here we go. Das haben wir ja auch im Wahnsinnig-Modus so gemacht, ey. Das war so einfach dann. Einfach her, auf jeden Fall, ja. Einfach her, ja, okay. Ja, machen wir mal Reste essen, oder? In schöner Zeitlupe. Kannst du das lenken, das Ding? Ich muss mal überlegen. Kann sein. Zu kurz, soll ich sagen. Ja, du hast Bert auf den Kopf geschossen. Ja, Bert, das hast du dich gefreut? Aber ich schein's erledigt zu haben, weil irgendwie ich kann nicht mehr ballern hier. Echt jetzt? Ja. Ich bin da rausgegangen. Oh Gott. Nein! Digga, komm. Und Bert ist... Bert nimmt es wie ein Mann, Alter. Ja, der nimmt es so voll aufgesogen. Der nimmt das echt, ey. Hä? Ich denke, du bist Bert. Fällt mir jetzt dabei auf. Nee, wir haben doch schon lange wieder die Charaktere gewechselt. Sonst wärst du ja nicht hier der Hauptcharakter wieder. Ach so. Oh oh. Nachschub. Oh, Frack Grenade. Okay, here we go. Let's do it. Ja, ist jetzt 6-3-File. Ja, genau. Dann lassen wir mal hier die Munition auf. Surprise, Motherfucker. Oh, what? Wollt grad sagen, wo kommt er denn her? Wow. Dumme Sau. Äh, geht er hoch? Geh er hoch? Ah. Ich hab noch ein Freund dabei. Ähm, äh. Sehr gut, sehr gut. All die Hammerbursts, ey. Oh, Munition ohne Ende. Geil. Oh, geil. Ich nimm sie alle, okay? Die Gorgon Pistol. Das ist ja auch cool. Yeah, baby. Besser als die Snap. Die Snap Pistol für dich. Okay, here we go. Voll. Ja, ich bin ein bisschen lame ist hier. Ihob wieder voll. Die Bolzrock. Hab ne Bolzrock. Ihob auch voll. Warte, einmal nachladen. Können wir bestimmt wieder aufnehmen. Ja, einmal reloaden hier. Chik-chak, chik-chak. So. Sieht gut aus. Einmal Waffen durchladen. Was ist das für... Was ist hier noch knacken rum, ne? Äh, Longshot liegt hier noch. Und Longshot und... Aber kein Talkbow, ne? Also irgendwie... Naja, ganz schön spartanisch, was das angeht, ne? Schade eigentlich. Also auch die, äh... Die ganzen coolen Waffen, die hier irgendwie, ne? So, bevor wir uns hier die Fresse kaputt kloppen, äh, nochmal einen Break machen. Stopp, stopp, stopp. Ich fand das Fressekloppen viel witziger als Breaks. Ja. Komme ich mit der Pistel-App. Ja, das ist auf... Wilde Schlägerei hier, mal ehrlich. Okay, Leute, wir machen mal einen Break. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das Freikamtssofa bei Geast of War 3 mit den Snooks und Snooks. Ich mach dir grad einen Bart. Siehst du das? Oh, Crazy Memphis. Was machst du denn da? Ich baue dir grad einen Bart. Das siehst du gerade gerade nicht. Ciao, Leute. Okay, ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.